Eskalation am Hindelwagen. Da sind Dinge passiert in Bayern. Wir gehen hier rein in die wirklich wichtigen Nachrichten. Und zwar, Liebesspiel auf Hindelwagen verursacht mehrere tausend Euro Sachschaden. Ich glaube, ein Hindelwagen, der verursacht täglich mehrere tausend Schaden an den... Was ist das? Ich glaube, Hähnchen sind Hindel. Hindel ist irgendein Scheißzeug, was man nur in Bayern isst. Ich glaube, Markus Söder steckt sich das besonders gerne in seinen Maul rein. Ja, und das heißt Bräuler. Ist das das Gleiche? Also es ist ein totes Huhn, oder? Für mich als Anfänger auf diesem Gebiet. Also du nimmst einen Huhn, Kopf ab, Füße ab, Federn rausziehen. Dann schmiert man das mit so einer Soße ein. Und dann steckt man da so einen Stab einmal durch und dann dreht sich das. Sind es die Dinge? Okay, also das ist das Hindel. Und da hat einer drauf gefickt, oder was? Geil. Der Hindelwagen von Ahmad Cishti ist eine Institution auf der Spantallerhöhe. Der wollte einfach heiße Chicks in seinem Wagen verkaufen und dann sind heiße Chicks auf seinem Wagen drauf. Seit 30 Jahren betreibt Cishti hier seinen Imbiss. Aber so etwas hat er bisher noch nicht erlebt. Am Tag nach Allerheiligen entdeckt er Trittspuren und Beulen an der Fahrerkabine und der Oberseite seines Grillwagens. Das ist doch so geil, wie sie die B-Rolls gemacht haben. Sie gehen mit ihm da hin und sagen, können Sie mal zu Ihrem Auto gehen? Was haben Sie denn gedacht, als Sie gesehen haben, dass da Beulen in Ihrem Auto sind? Oh nein, eine Beule. Können Sie noch mal so, wie Sie neulich gemacht haben? Können Sie mal? Mama mia. Im Grund. Ein liebestolles Pärchen ist ihm buchstäblich aufs Dach gestiegen und hat sich dort... Aber ey, du weißt ja, von wo dieses Foto geschossen wurde, ne? Das ist ja... Das ist ja dann hier aus dieser Wohnung hier wahrscheinlich, ne? Hier eine von diesen zwei Fenstern war das doch wahrscheinlich, ne? Wenn da so wie das aussah. Also sind die involviert oder sind es die, die es verpetzt haben? Aber das sieht man ja am Winkel. Einfach heiß. Also da stinkt es bestimmt auch immer richtig ekelhaft. Aber wie... Also man weiß immerhin, sind keine... Oder vielleicht waren das doch die Anwohner, die aus dem Fenster aus da drauf sind. Aber die haben hier nochmal extra eine Beule reingetreten, damit es so aussieht, als wäre es irgendwer von unten gewesen. Zeit lang vergnügt. Kann man nur den Kopf schütteln. Kann man nur den Kopf schütteln. Dass jemand sowas auf die Gedanken kommt. Dass man auf eine Händelbradreihe raufsteigt und zwei Leute schon zusammen aufsteigen. Ja, zwei Leute sogar. Der hat da nicht alleine gebumst. Die haben da schon zu zweit gebumst. Nicht nur einer. Die Fährton in der schwarzen Fläche so einfach hinliegen. Und das ist für mich... Ah! Alter, ist das ekelhaft! Guckt euch das mal an, was da für ein Ranz ist. Ihhh! Der grillt da ja den ganzen Tag seine Hühnerleichen drin. Und dann kommt hier die ganze Scheiße aus diesen... Aus diesen komischen Schornsteinen hier raus. Und da legt man sich rein. Bah! Ah, das ist ja richtig ekelhaft. Ihhh! Einfach, äh, unvorstellbar. Ja, wahr! Oben auf dem Dach haben... Guckt euch das an, wie das aussieht da, wenn man sich doch nicht hinlegen muss. Das ist ja widerlich! Die armen Vögel im Fahrzeug. Ja! Die anderen Vögeln auf dem Fahrzeug. Danke, Rollo. Ja, richtig. Sich Ruß und Fette abgelagert. Dass sich jemand diese Umgebung für Liebesspiele aussucht... Alter, das sind ja richtig perverse Schweine. Alter, das ist ja richtig ekelhaft. Das kann Tschischti überhaupt nicht verstehen. Das ist ja richtig widerlich. Er ist auch sauer, denn das unbekannte Pärchen hat ihm mit dem eingedellten Dach und kaputten Dichtungen mehrere tausend Euro Schaden hinterlassen. Waren die intoxikiert? Naja, man weiß ja anscheinend... Also er weiß ja nicht, wer es ist, aber wenn die Fotos von denen haben... Also das ist ja wahrscheinlich nur im Fernsehen gebläht, ne? Also das wird man ja wahrscheinlich... Das wird man ja wahrscheinlich dann... Wollen wir ja wissen, wer das ist. Guck mal, Mo hat ihm das geschickt. Anscheinend wissen wir jetzt, dass oben in der Wohnung, in einem dieser Fenster, dass da Mo gewesen ist und gedacht hat, komm, um 21 Uhr fotografiere ich die Ficker. Vor allem, ey, im November um 21 Uhr, das ist doch wahrscheinlich arschkalt gewesen. Das ist ja alles scheiße daran. Dann liegst du da bei vier Grad in so einer Siffe drin. Auf dem Händelwagen, das ist ja wirklich widerlich, ey. Das ist ja echt ekelhaft. Vollkaskoversichert bin ich nicht, aber halt muss ich diesen Schaden selber tragen. Oder wenn ich mal diese... Ja, oder du fährst halt mit der Beule weiter. Hä? Also guck mal, ist das jetzt kaputt oder was? Da ist halt eine kleine Delle drin, oder? Das Bild ist von Tagsüber. Naja gut, stimmt, im November wäre es um 21 Uhr ein bisschen dunkler, ne? Das ist schon richtig. Vielleicht hat er das auch erst abends geschickt. Aber trotzdem, ey, wer bummst denn abends auf so einem Hühnchenauto? Aber also ist das wirklich so gefährlich, wenn da jetzt eine Beule drin ist? Also gut, wenn der Lack kaputt ist, dann kann man da vielleicht nochmal drüber lackieren oder so. Dann sieht das vielleicht ein bisschen blöd aus oder so. Aber ich meine, das Händelauto ist jetzt eh nicht besonders hübsch, oder? Also dass da jetzt hier vorne irgendwie so eine kleine Beule drin ist, ist das so teuer? Dichtungsschaden? Naja gut, dann regnet es da rein und so, ne? Ja, das ist ja kacke, stimmt. Wenn es ihm da in der Fahrerkabine reinregnet. Es ist schon der Bang-Bass, ne? Ob die Lüftung jetzt hin ist, weiß ich nicht. Meint ihr, das war Vegan-Aktivismus, weil der da Hähnchen verkauft, oder war das einfach... Wobei ich glaube, Veganer können sich schönere Orte zum Bumsen vorstellen als so ein Hühnchenauto, ne? Schon ekelhaft. Ja, echt mal. Ich hoffe auch, ja. Oder vorher rausgezogen und einmal noch übers Auto verteilt. Damit er nicht nur reparieren, sondern auch putzen muss. Schön in die kaputte Dichtung rein. Immerhin hat er durch die mediale Aufmerksamkeit auch ein paar neue Kunden gewonnen. Leute kommen vorbei und wollen wissen, ob die Geschichte tatsächlich wahr ist. Aber Digga, der verkauft Pommes für sieben Euro, was ist das denn für ein Grösses? Das ist ja schon ein bisschen teuer, ne? Vor allem auch in dieser komischen... In dem Hühnchenauto gibt es wahrscheinlich nicht mal die besten Pommes der Stadt. Und dann ist sieben Euro, schon hab ich, ne? Für eine Portion Pommes. Also, das ist schon vielleicht doch ein kleiner Kapitalist da, oder? Vielleicht waren das auch Schauspieler und der hat die engagiert, um da so einen Promo-Move hinzulegen. Und zu sagen, wollt ihr bei mir vorbeikommen? Für sieben Euro Pommes kaufen? Wer weiß. Amacisti und sein Händelgrill, der manche offenbar liebestoll macht, sind das Tagesgespräch. Ach, der hat irgendwie so mitbekommen, dass es so Anzeigenhauptmeister und sowas gibt, ne? Und hat dann gedacht, hier, Jungs, äh, junge Mädel, wollt ihr da hoch? Könnt ihr da vielleicht, wollt ihr ein bisschen auf meinem Auto bumsen? Ich hätt gern die Story. Am Ende macht er einfach Plus dadurch, ne? Einfach richtiges PR-Genie. Gesagt er, ich verkaufe Vögel, wäre das nicht lustig, wenn einer vögelt auf dem Vögel-Auto? Hahaha, Joke. Na, wer weiß, ne? Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er auch einfach nur, vielleicht hat er auch einfach nur Pech gehabt oder Glück. Wer weiß. Ich weiß nicht, was das kostet. Also hier steht mehrere tausend Euro Sachschaden. Und was ich jetzt gesehen habe, war, ja, hier ist halt, hier ist halt, äh, ja, weiß nicht, hier ist halt so eine Beule. So, und darunter angeblich die Dichtung, aber das, also das sieht ja eigentlich komplett in Ordnung aus. Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist, was man von vorne nicht sieht oder so. Aber wenn die nur hier vorne einmal drüber gegangen sind, ist das so teuer. Also einmal hier ausbeulen und vielleicht irgendwie, man weiß ja auch wahrscheinlich so ungefähr, wo die langgegangen sind. Also man muss ja jetzt nicht lange suchen oder sowas, ne? Also du musst ja jetzt nicht das Auto auf der Hebebühne und suchen, wo die gewesen sein könnten, sondern man weiß ja schon ziemlich genau, hier vorne einmal hoch. Ne, und dann weißt du ja so hier wahrscheinlich, äh, vielleicht hier irgendwie und hier. Keine Ahnung, ne? Äh, der Wagen kostet neu, ja, neu kostet der richtig viel, aber, keine Ahnung, ähm, der Wagen sieht aus, als hätte er fünf Kriege miterlebt. Ja, aber ich weiß es halt nicht, ne, aber sieht das echt so teuer aus? Also, keine Ahnung, ich bin kein Mechaniker, ich weiß es auch nicht, ne? Dachaufbau abbauen, äh, Schlaufen spachteln, lackieren und dann den Aufbau wieder drauf. Ähm, mit Reinigung und neuen Dichtungen. Kann man das nicht da drauf lassen einfach? Ja, gut, keine Ahnung, vielleicht hat das zu viel Gewicht drauf, ne? Dass wenn du dann jetzt hier die Scheibe rausnimmst, dass es dann direkt einknickt oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber, ach, das ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm, wenn du das einfach so läst, oder? Kann der nicht auch an der undichten Stelle einfach eine Tüte drüber kleben, wie so ein Ami oder so? Also, muss das ganze Dach neu lackiert werden. Warum kann man nicht nur so ein kleines Stück neu lackieren? Also, es sieht dann kacke aus, aber das sieht da eh keiner. Ich meine, guck, auf dem Auto steht hier irgendwie, äh, Händel gegrillte Pommes drauf. Ne, Händel grillente Pommes, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Schmuckauto, womit man angeben fährt oder so, sondern es ist halt, es ist halt das Grillauto, oder? Kannst du ja nicht ein bisschen Gaffer-Tape draufkleben? Ja, natürlich, äh, mein Beileid mit dem armen Händelmann, ne, der ist ja auch nur ein Arbeiter, der da die Hühnchen verkauft. Also, ich würde es nicht machen, ich finde es nicht richtig, aber, ne, der sieht es halt anders. Ja, ist denn, Leute, wenn ihr das wart, ne, aus meiner Community zwei Leute, bitte bumst doch nächstes Mal woanders. Guck mal hier zum Beispiel. Hier ist so ein Fahrradschuppen daneben, das sieht auch aus, als ob man da relativ einfach drüber kommt über diese Wand und dann könnt ihr auch da bumsen. Oder? Mal gucken, wenn wir nochmal uns hier die Szenerie angucken. Hier auf diesem Welldach könnte man auch, das ist billiger, ne, das kann man leichter reparieren. Also, da kann man auch relativ einfach draufklettern. Hier, guck mal, da machst du einen Fuß hier auf diese, auf diesen Türknauf, dann hier oben, hier kannst du dich an der Stange gut festhalten, zack, zack, zack. Da kommst du ja ratzfatz kommst du da oben auf das Dach drauf, ne, und dann, äh, hier kannst du genauso gut bumsen, ist direkt daneben. Und wenn du da so ein kleines, äh, so ein kleines Welldach von so einem Fahrradschuppen kaputt machst, ne, das ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger als das Grillauto. Mach du das nächste Mal so, ja. Oder, was könnte man da noch, vielleicht hier einfach unter dem Baum oder so, da könnte man vielleicht auch bumsen. Oder vielleicht zu Hause, das wäre doch auch was, oder? Also, also, ich persönlich habe am häufigsten zu Hause gebumst und es war auch gut. Ja, ist, äh, auch mal nicht zu Hause, aber jetzt, also noch nicht auf einem Grillauto, das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich fand auch, das Dach sah schon ein bisschen eklig aus, aber man kann auch, oder vielleicht, ähm, weiß ich nicht, draußen in einem, in einem Maisfeld oder so. Also, oder, ähm, keine Ahnung, wo könnte man denn noch, vielleicht im Hauptbahnhof einfach mal. Ich meine, die Leute mögen es ja anscheinend, wenn jemand zuguckt. Man kann ja überall, oder? Aber es, äh, ja, man macht es, äh, ich, ich habe gerade gedacht, so, ich muss meinem Chat eh nicht sagen, ihr bumst eh alle nicht. Äh, Grüße an alle, die nicht gebumst haben dieses Jahr. Tschüss!